Hier ist dann das Ende vom Ocean Drive. Hier kam das Hotel Royal Palms. Das ist mit einem der ersten an der Palette Runde. Und hier geht es jetzt direkt in den Ocean Drive. Hier die Straße runter. Da oben ist noch nicht so spektakulär, aber weiter unten an deinem Geburtstag war doch schön, oder? Je weiter man runter geht vom Ocean Drive, umso schöner wird es wirklich. Ganz spektakulär, die Versace-Villa und ganz viele tolle Bars und Cafés. Wirklich super schön. Und bumm, einmal wieder die Palme geknallt.